Grüße, heute erzähle ich euch über einen 3D Drucker, der mit Epoxidharz arbeitet, auch Resin genannt. Es ist der kostengünstige Alkaid Drucker von G-Tag. Dieser Drucker arbeitet mit Epoxidharz, auch Resin genannt. Ich habe hier eine Flasche von dieser Substanz in weißer Farbe. Epoxidharz ist giftig, daher ist Atemschutz und Berührungsschutz notwendig. Handschuhe aus Nitril sind Pflicht. Im Lieferumfang ist eine Bedienungsanleitung, ein Stromkabel, eine Tüte mit Spachtel, Pinzette, Schrauben und anderem Kleinmaterial. Gut in Schaumstoff eingehüllt, kommt der Drucker selbst daher. Ich öffne die Verpackung vorsichtig, wobei ich da drin noch das Netzteil finde. Es ist alles sehr gut verpackt und die Flächen, die geschützt werden müssen, sind mit Folien überklebt. Der UV-Schutzdeckel ist auch mit Folie geschützt, dann das Gewinde, an dem der Schlitten hoch und runter fährt. An sich ist die Mechanik an dem Epoxidharzdrucker sehr viel einfacher als bei einem normalen Kunststoffdrucker. Unten ist das Display, der mit UV-Lichtdioden den Epoxidharz zum Erstarren bringt. Dieser bleibt an der Druckerplatte kleben. Die Druckerplatte fährt hoch und die nächste Schicht wird erstarrt. In der Bedienungsanleitung ist der Zusammenbau und die Inbetriebnahme sehr gut mit Bildern beschrieben. Der Stromkabel wird angeschlossen und der Einschalter betätigt, dann ist die Maschine an. Ich montiere die Druckerplatte und mache die große Schraube oben fest. Aber die Platte selbst ist noch locker. Die mitgelieferten Schrauben werden gebraucht, um die Resinwanne zu montieren. Am besten ihr lasst die Folie erstmal dran am Display und macht erstmal den Nullpunktausgleich. Das was ich dann später mit der Wanne drauf mache. Ihr macht es am besten ohne die montierte Resinwanne. Dann funktioniert es am besten. Das habe ich erst selber herausgefunden durch probieren. Jedenfalls in der Bedienungsanleitung steht, man soll die Wanne drauf montieren und dann den Nullpunktabgleich machen. Deswegen habe ich die Schutzfolien entfernt und die Wanne natürlich drauf gesteckt, dann die Schrauben festgeschraubt. Dann war die Wanne fest. Dann wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, auf den Nullpunkt gefahren und den Schlitten festgeschraubt. Ihr macht es wie gesagt am besten ohne die aufgeschraubte Wanne und dann lasst bitte auch die Schutzfolie erstmal dran. Die Modelle kommen in den Drucker über den USB-Stick. Der Steckplatz ist hinten am Drucker und auf den USB-Stick ladet ihr die Modelle natürlich vom PC aus. Dafür braucht ihr die mitgelieferte Software, die G2Box heißt. Das Programm wird auf Englisch installiert, aber man kann es dann auf Deutsch umstellen. Man kann gleich überprüfen lassen, ob es Updates gibt. Das habe ich gleich gemacht und es gab eine neue Version und die habe ich gleich kostenlos installiert. Zum Runterladen muss man im Browser eventuell einstellen, dass man der Seite vertraut, da es eine chinesische Seite ist. Dann schnell die neue Version installiert. Im Programm selbst kann man dann die Parameter einstellen. Man kann die Sprache erstmal auswählen, dann das Design, wie die Oberfläche aussehen soll. Dann kann man sich seinen Drucker aussuchen. Der Alkaid Drucker ist da noch nicht dabei. Man kann die Druckparameter manuell einstellen, wenn man sie weiß, sie stehen meist im Handbuch. Oder man tut eine Voreinstellungsdatei, eine Konfigurationsdatei ins Programm hochladen. Dann übernimmt das Programm alle Einstellungen für diesen Drucker. Die Datei ist auf dem USB-Stick mit dabei. Auf dem mitgelieferten USB-Stick sind schon ein paar Figuren mit drauf. Man kann sich das probehalber erstmal ausdrucken und schauen, wie das wird. Ich habe mir diesen Drachen ausgedruckt. Ansonsten sind eine Menge interessante Figuren dabei, auch als Geschenk geeignet. Und noch mehr Figuren findet ihr natürlich im Internet. Zum Beispiel auf der Seite kult3d.com. Da habe ich zum Beispiel das Thema Hogwarts eingegeben in der Suche. Und dann kommt so eine Menge Sachen. Meine Kinder stehen auf Hogwarts, auf Harry Potter Thema. Und da kann man sich zum Beispiel so einen Zauberstab ausdrucken. Und dem Kleinen natürlich eine Freude machen. Eine Figur, die man sich ausgesucht hat, die lädt man dann runter. Und dann schmeißt man zum Beispiel so wie ich hier den Jagdpanther in das Programm. Auf den Tisch erstmal, auf die Druckerplatte. Dann muss ich skalieren, die Größe an die Druckerplatte anpassen. Ein bisschen größer, geht schon. Und ich probiere mal mit 200%. 200% passt gerade noch so drauf. Mal sehen, wie es dann aber mit den Stützerstrukturen ausschaut. Dann muss das auch noch passen. Und hier Stützerstrukturen, automatisch Support. Zack, und schon sehen wir rote Zonen da, wo die Supports außerhalb von der Druckerplatte sind. Das heißt, es passt nicht. Ich muss die Figur noch ein bisschen verkleinern. Also gehe ich auf 170%. Schon rückt das Ganze etwas enger zusammen. Nicht vergessen dann, was ich nicht vergessen darf, ist dann, dass ich die anderen Teile genau auf diese 170% skaliere. Damit die Teile dann zusammenpassen natürlich. So, dann gehe ich auf Speichern. Ich lege diese Datei irgendwo auf dem USB-Stick ab. Ich habe da extra Ordner Jagdpanther gemacht. Und da schmeiße ich alle Teile rein vom Jagdpanther. Dann wird diese Datei vom Drucker erkannt und auf dem Display auch angezeigt. Das ist ganz gut bei dem RK, das farbige Display, das auch anzeigt. So sind die Teile auch optisch am Display erkennbar. Das Resin, das ich dazu habe, ist weiß. Vor dem Einfüllen muss man es schütteln, öffnen und dann so eine Menge nach Augenmaß einfüllen. Und ihr seht schon, es wird gekleckert. Also man muss sich Papiertücher bereitlegen. Auf dem Display wählt man dann im Menü ein Werkstück aus, das man ausdrucken will. Es wird dann nochmal in Groß angezeigt, damit man sieht, was man da ausgewählt hat. Mit der Dateibezeichnung und dann drücken wir auf Drucken und der Schlitten fährt runter. Und der Druck beginnt. Man tut noch das UV-Schutzglas drauf, damit UV-Lampen, die sind zwar durch die Resin-Flüssigkeit abgedeckt, aber damit sie einem die Augen nicht beschädigen, gibt es dieses UV-Schutzglas noch. Wenn der Druck fertig ist, dann nutzt man die Nitril-Handschuhe, um das Werkstück zu handhaben. Dann nimmt man den Spatten. Mit dem Spatten löst man das Werkstück von dem Drucktisch oder Druckerplatte ab. Und dann sollte man es abwaschen von dem verbliebenen flüssigen Resin. Dazu nimmt man ein Glas und Alkohol rein und da lässt man es ein bisschen rumliegen. Danach müsste man es in der Sonne oder mit einer UV-Lampe nachhärten. Noch besser, wenn ihr das Ganze eine spezielle Maschine machen lässt. G-Tag hat dafür nämlich eine Wasch- und Härtungsmaschine entwickelt. Damit braucht man kein Gurkenglas mehr, um die Werkstücke zu waschen. Ich habe hier die Tigerwanne ausgedruckt. Zunächst löse ich die Druckerplatte ab. Ich habe mir ein Kartonstück hingelegt, damit es keine Sauerei gibt. Dann mit dem Spatten wird das Werkstück von der Druckerplatte abgelöst. Sehr vorsichtig, um nichts kaputt zu machen und nichts runter zu schmeißen vom Tisch natürlich. In der Zwischenzeit lasse ich schon mal das nächste Werkstück, also nämlich die Kette des Tigers drucken und packen derweil die Waschmaschine, Wasch- und Härtungsmaschine aus. Auch hier ist in der Verpackung eine Bedienungsanleitung drin, die alles gut erklärt. Auch hier ist wieder ein Standard-Stromkabel dabei mit drei Pins. Die Maschine selbst ist ein bisschen schwierig auszupacken, wenn man den Karton nicht beschädigen will. Für Retourzwecke oder Weiterverkaufszwecke, wer auch immer. Ist aber gut eingepackt, sodass sie nicht beschädigt wird, falls irgendwas ist. Ein UV-Schutzdeckel, dann die Wanne für Reinigungsmittel und die Basisplatte an sich mit einer Tottenkackalake geliefert. Schau her, ein schwarzer Passagier, ein blinder Passagier. Ups. Das ist die Drehplatte für Sachen, die man dann härtet. Die wird aufgesetzt zum Härten. Hier ist das Netzteil vom Stromkabel separiert. Im Falle von Kabelbruch ist das gut. Der Waschbehälter ist mit einem Messkader versehen, mit Einheiten. Und so kann man direkt in den Behälter zum Beispiel Reinigungsmittel verdünnen, je nachdem welches man einsetzt. So, wir tun unser fertiges Werkstück da rein. Ich habe jetzt als Reinigungsmittel ohne Witz Wodka von meiner Hochzeit her genommen. Der ist über 20 Jahre bei mir im Keller gestanden. Das war Jelzin-Wodka. Pur 40%iger Alkohol. So. Und Zeit eingestellt, auf Waschen eingestellt, Behälter drüber stülpen, fertig. Die Waschflüssigkeit wird erst in eine Richtung gedreht. Dann macht die Maschine automatisch eine Drehänderung und dann geht die Flüssigkeit in die andere Richtung. So wird alles schön durchspült. Wenn die Zeit dann abgelaufen ist, dann kann man es ein bisschen abtropfen lassen und dann das Werkstück rausheben. Nun ist natürlich das Übliche. Die Stützerstrukturen müssen weg. Und ich empfehle da die Stützstrukturen vor dem Härten zu entfernen, weil sie da viel leichter rausgehen. Und das ist auch der Vorteil eines Resin-Druckers. Die Stützstrukturen, die lassen sich viel leichter entfernen als bei einem Plastikfilament-Drucker. Wichtig ist, dass man sie vor dem Aushärten entfernt. Dann brechen sie fast von alleine weg. Und natürlich sollte man das nicht ausgehärtete Werkstück nur mit diesen Nitril-Handschuhen anfassen. Nicht mit nackten Händen. Da ist noch ein bisschen flüssiges Resin mit dabei. Nachdem ich die Stützstrukturen entfernt habe, will ich das Werkstück aushärten. Dafür wird der Reinigungstank entfernt. Und das hier funktioniert wie bei einer Mikrowelle. Da gibt es einen Drehmotor. Hier ist die Scheibe. Man muss die Schutzfolie entfernen. Und dann wird die Scheibe da aufgesetzt. Passend mit einem leichten Nachtdruck. Dann platziert man hier das Werkstück. Ich habe hier zum Beispiel einen Tiger-Turm. Bereits fertig ausgedruckt. Stützstrukturen entfernt. Und jetzt wird es in gehärtet. UV-Schutzkappe drauf. Einschalten. Zeit einstellen. Die Maschine wird auf Härten eingestellt. Die Zeit kann, je nachdem, einfach gefühlt mäßig, ich habe jetzt keine festen Werte, 30 Minuten zum Härten. So wird das dann gehärtet. Vielleicht kann man ja den Tiger-Turm nochmal auf die Seite legen, dann nochmal 15 Minuten lang härten lassen. Dann kommt die ganz wichtige handwerkliche Komponente, die kaum erwähnt wird. Also hier muss man die Noppen, die dann von den Stützstrukturen entstehen, mit einer Pfeile entfernen. Dazu braucht man einen Pfeilensatz. Ich habe einen Nadelpfeilensatz, ich habe normale Flachpfeilen. Wenn man sich damit nicht auskennt, gibt es natürlich Anleitungen und Bücher. Dann musste ich das Modell noch zusammenkleben, die Ketten. Der Turm wird einfach eingesetzt mit der Basisplatte. Dann kann man es noch anmalen, noch ein bisschen feiner auspfeilen, die Reste von den Stützstrukturen. Und wenn man damit fertig ist, da kann man dann noch anmalen. Zeit für ein kleines Fazit. Der Resim-Drucker von G-Tech Alkaid ist sehr kostengünstig. Als Resim-Drucker bringt er eine sehr viel feinere Oberflächenstruktur zustande. Es ist eine viel bessere Oberfläche möglich, als mit einem herkömmlichen Filament-Drucker. Der Nachteil ist der Gestank. Eure Bude wird stinken wie eine chinesische Chemiefabrik. Deswegen am besten in eine Scheune oder eine Garage stellen, die abseits von der Wohnung oder Haus liegt, damit niemand im Haus oder Wohnung erstickt. Ansonsten ist das zu empfehlen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.